Hallo, also bevor ich lüge, habt ihr das schon gehört? Sophia Tomala, die Tochter von Simone Tomala, soll ihre Mutter beim Tatort als Kommissarin ersetzen. Ich meine, das wäre ja gut, das wäre Porno. Aber jetzt kommt ja der Sänger von Rammstein, Tiet Lindemann, soll Pathologe werden, Gerichtsmediziner. In derselben Sendung, ich meine, Gerichtsmediziner würde ja zu Musik fassen. Und dann hätte er wenigstens mal einen richtigen Job. Aber, sag mir mal, ja, schnell das Datum heute. Stopp!